Es ist schon wieder eine Woche her, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe. In jeder Folge sage ich, es geht immer so schnell, es geht auch wieder so was von schnell vorbei. Denn schon wieder Sonntag und das ist heftig, das ist wirklich heftig, aber auch geil. So Leute, heute werde ich euch zeigen, es gibt was Neues auf Unknown City und wieder den alltäglichen Kram, was ich immer zeige. Hier werde ich euch wieder zeigen und was ich gemacht habe, dies, das und jenes. So, fangen wir an, hier in der Oberwelt. Ich habe hier nichts weitergebaut, an der Baumfarm nicht und unten an der großen Farm nicht. Sondern ich habe hier relativ viel in der Farmwelt gefarmt. Ich hatte einmal komplett diese ganzen Kisten voll, ihr wisstet das glaube ich ja noch, habe ich in der letzten Folge gezeigt. Und jetzt habe ich wieder hier alles wieder full. Die muss ich nachher auch mal alles wieder lernen. Das von letztes Mal ist ja noch hier alles drin, ihr seht, ja geil. Und mit den Jobs und Stats bin ich jetzt Minenarbeiter immer noch 33, aber es wird langsam bis 34 und nach und nach will ich halt auch wieder Landwirt machen. Aber das ist irgendwie noch ein bisschen weiter weg in den Sternen. Denn Minenarbeiter, Geld, Geld, Geld und Skyblock ist erster Stelle bei mir. Und ja, das macht mir auch Spaß. Kein Landwirt. Und ja, ich habe auch keinen Zwang dazu, hier Landwirt zu leveln. Oder auch meinen Minenarbeiter, aber da ich halt mein Joblimit voll machen will, gerne Marsch, lieber Minenarbeiter anstatt Landwirt. Und ja. So, machen wir weiter mit unserer On-Time. On-Time beträgt jetzt schon 15 Tage und 8 Stunden. Und Leute, mein Money. Oh lol. Was ist das denn? Kannst du sogar auswählen? Ja moin. Oh, das ist ja cool. Ähm. Mein Money hat sich auch verändert. Haltet euch fest. Oh. 118.000 Dollar schon. Wir kommen langsam auf die 120.000 Dollar zu. Äh, wie ihr seht. Ähm, NN, also NGGY hat 123.000. Dann Wolle 125.000 und dann 137.000. Das wird schwer, Flat RP zu überholen. Aber das werde ich auch am, also versuchen. Die beiden schaffe ich auf jeden Fall, diese kommende Woche zu überholen. Und dann Flat RP wahrscheinlich dann danach die Woche. Werde ich dann also Anfang Februar, Mitte Februar, werde ich auf jeden Fall den hier, den Flat RP überholen. Und dann bin ich auf Platz Nummer 1. Und das will ich ja auch so. Also so soll es ja auch sein. Kappa. Ähm, ja, ich bin stolz drauf. Das sieht so schön aus, 100.000. Ich will versuchen mal eine Million zu schnacken. Aber bis ich die eine Million hier habe, gibt es den Server wahrscheinlich nicht mehr. Denke ich mal. Also, ich könnte die eine Million schon schaffen, wenn hier mal wirklich 50 bis 100 Leute online sind. Und, äh, alle aktiv spielen würden. Dann würde ich das wahrscheinlich schaffen. Aber so, ähm, nicht, wenn hier immer nur 10 bis, also knappe 10 bis 15 Leute drauf sind. Das ist auch ein bisschen zu wenig. Und, ähm, ja, falls ihr noch nicht hier drauf spielt, der Link dazu, also die Serveradresse ist in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Würden wir uns hier richtig freuen, dass der Server mal hier ein bisschen voller wird. Und, ähm, ja, wäre auf jeden Fall nice. So, in der Overworld habe ich jetzt nichts gemacht. So weiter und so fort. Gehen wir weiter in Skyblog rein, Leute. Denn da hat sich einiges geändert. Oder habe ich noch ein bisschen gemeint? Und, ähm, machen wir mal Jobstats hier. Ähm, Miniarbeiter Level 22 incoming. Und Bauarbeiter bin ich gestern Level 23 geworden. Auf jeden Fall easiness. Und, ähm, ja. Ich habe ein bisschen hier weitergebaut, wie ihr hier seht. Ich habe hier weiter, weiter, weiter bis dahin. Und auch dieses kleine Stückchen fehlt da. Das schaffe ich auf jeden Fall heute auch noch. Das kleine Stückchen hier voll zu machen. Und dann will ich versuchen, da unten auf Höhe 0 zu machen. Denn, ihr wisst ja, es gibt ja eine Challenge mit 40 Slime-Bällen. Und die brauche ich. Die brauche ich definitiv. Und, ähm, ja. Das ist auf jeden Fall mega, mega heftig, was wir da an Slimes brauchen. So, die sind irgendwie alle out of Cobblestone. So, nun muss ich gleich nochmal ein bisschen Farben gehen. Ach, du scheilige Scheiße. Ich geh kein Bock drauf. Egal. 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 So. Ich sehe gerade. Nein, Hund, du bleibst sitzen. Bevor ich das jetzt schon wieder vergesse. Mach ich das schnell. So. Perfekt. Ähm, ja. Hier hat sich einiges verändert. Denn, Skyblock hat, äh, neue Challenges bekommen. Die werde ich euch zeigen, wie ihr seht. Es gibt einmal Fortgeschritten. Äh, Fortgeschritten gab's doch schon, ne? Ne, Fortgeschrittenen gibt's jetzt neu. Äh, Verfallen. Verfallen und Suchti. Suchti hatte ich irgendwie schon abgeschlossen. Da können wir mal reinschauen. Dort hab ich auch schon was abgeschlossen. Ähm, jetzt wundert ihr, warum ich so viel Geld gemacht habe. Also, woher ich das ganze Geld bekomme. Das ist von diesen, äh, Suchti hier. Von diesem, von dieser Challenge. Denn, hier kriegst du wirklich, wie ihr seht, tausend, tausend, tausend. Minenarbeiter, das waren 2000 Dollar und das alles andere waren auch 1000 Dollar. Ja, zum Beispiel hier sammle 128 Enderperlen. War eigentlich ganz okay. Hat 1000 Dollar, glaub ich, gebracht. Dann hier, äh, Meisterbauerlehrling. Das ist, ähm, war Level 5000, IS-Level. Kann ich auch easy abschließen. Und Minenarbeiter. Hab ich auch abgeschlossen. Da gab's acht Goldblöcke und, ähm, 2000 Dollar halt. Und, äh, das hab ich gestern im Stream halt gemacht. Und dachte so, oh, ja, easy. 2000 Dollar für 64 Kohle, Lapis, Wet's and Ice und IAS. Hat irgendwie nicht geklappt. Hab ich nachgefragt. Und wie es auch hier ja steht. Bei dir, ähm, brauchst du von jeden 24 Blöcke. Also 64, äh, 64 Diablöcke, Eisen, Redstone, Lapis, Kohle und so weiter und so fort. Das ist wirklich mega viel. 64 Diablöcke, alles andere mit 64 Redstone sogar. Das ist heftig. Und, äh, zum Glück hatte ich das dann halt hier alles gefahren. Wie ihr hier seht, ich hab auch ein bisschen noch was übrig. Ich hab das noch nicht alles hingeballert. Mache ich nach und nach. Äh, hab ich auf jeden Fall vorgehabt, heute noch alles hinzuballern an IS-Level. Denn mein IS-Level ist noch gleich wie letztes Mal. Hab ich nicht aktualisiert. Und, ähm, ja. Deswegen konnte ich das so schnell abschließen. Und, äh, alles so, WTF, WTF und so. Voll geil. Was ich jetzt versuchen will. Mit Bauis, also Bau Katzes Hilfe und so. Äh, hier müssen wir 10 Freunde auf deiner Insel beschaffen. Also holen und dann abzuschließen. Das ist auf jeden Fall eine schwere Sache. Denn, ihr wisst ja, so viele Leute spielen hier nicht drauf. Und, ähm, das ist auf jeden Fall ein bisschen problematisch. Deswegen versuchen wir das mit unseren Freunden ein bisschen hier zu machen. Dann gibt es einmal noch hier, äh, Trifftisch mit 20 Dorfbewohnern. Das geht eigentlich auch klar. 10 Lava einmal. Oh, Bruder, das ist ja mal nice. Das ist wirklich nice. Denn ich hab jetzt vorgehabt, ein Dorf-Villager... Dorf-Villager-Dorf. Ein Villager-Dorf. So. Haha, zu bauen und zu züchten. Und darauf hab ich Bock. Das werd ich auf jeden Fall jetzt auch in Angriff nehmen in den Streams. Äh, hab ich Bock drauf. Und, ja, dann schaff ich das easy auch. Dann hier noch, äh, schmeiß eine Party mit 15 Endermans. Heißt, 15 Endermans müssen hier auf meiner Insel stehen. Und dann kann ich das easy, easy, peasy abschließen. So. Dann hier noch, habe acht Tintenfische in deiner Nähe. Heißt, ich muss ein großes Becken bauen, wo dann die Tintenfische ist, bohren. Und dann habe ich das auch easy, peasy abgeschlossen. Was jetzt schwierig werden kann, ist das hier. Gold. Sammle 128 Goldblöcke. Heißt, zwei Stacks von Goldblöcken. Gold, wisst ihr ja, ihr kriegt das nicht von der, äh, Mining-Station. Sondern nur durch Challenges oder irgendwie andere Sachen. Kriegt ihr die. Ich hab jetzt schon 30 Goldblöcke. Ich hab die hinten abgebaut. Jetzt hab ich schon 30 Goldblöcke. Und davon 2x64. Das ist viel. Ich hab ausgerechnet, das sind 1152 oder so Gold. Und, Alter, das ist heftig, Leute. Das ist einfach nur heftig dafür. Und, ja, ich will das aber abschließen. 32 Sand und Erde. Oh, das ist auf jeden Fall nice. Und, ja, hier Fortgeschrittene. Muss ein Experte noch abschließen. Ähm, heißt Slime-Bälle. Deswegen muss ich Slime-Bälle farmen. Also versuchen zu holen. Oh, der D-N-Man-Challenge abgeschlossen. Nice. Und, ähm, ja. Dann hab ich Fortgeschrittene. Und verfallen muss ich 3 weitere von Suchtis abschließen. Heißt, ich will gerne dann das hier mit der Party mit den 10 Freunden machen. Äh, Dorfbewohner werde ich schaffen. Und dann noch das mit den Tintenfischen. Werde ich dann schaffen. Und dann hab ich endlich verfallen. Weil auch soweit, also, krieg ich dann freigeschaltet. Und dann schau ich mal, was da. Und bei Fortgeschrittenen so alles abgeht. So. Wie gesagt, ich mach das hinten noch alles ausfüllen. Und dann unten fülle ich alles aus. Heißt, ich muss aber weiter meinen. Da ich kein Corbelstone mehr habe. Weil die alle hier Out of Ammo sind. Und, ja, das schaff ich aber auf jeden Fall. Ich freu mich auf jeden Fall schon drauf, dass wir die ganze Challenge hier durcharbeiten. Dass alle Bücher hier plinken. Ich will einfach nur, dass die Bücher hier plinken und nach und nach abschließen. Ich denke, Leute, dass hier verfallen. Eine Challenge kommt wie hier mit dem Meisterbau-Lehrling. Meisterbauer-Geselle, denke ich mal. Würde dann da kommen mit IS-Level 10.000. Das wäre auf jeden Fall extrem geil. Weil hier bei, wo war es? Elite war ja hier auch mit Herzog. Da war, glaube ich, Tausender IS-Level. Dann gab es 5.000. Dann denke ich mal, es gibt 10.000. Würde ich mal so denken. Ich hoffe, es ist auch so. Und, ja. Ihr werdet das auf jeden Fall nächsten Sonntag sehen. Wie weit ich bin und was ich getan habe. Dies, was und jenes. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like. Da würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Sonntagsfolge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.